Ich weiß nicht weiter, ich will mich verändern, doch wie fang ich's an? Ich habe dich vielleicht belogen und zwar immer... Früher war nicht alles besser. Tokotronic-Sänger Dirk von Lozzo hat seine Jugend in keiner guten Erinnerung. Aufgewachsen in einer süddeutschen Kleinstadt fühlte er sich als Außenseiter. Seine Lebensgeschichte, das Thema des neuen Albums, die Unendlichkeit. Erinnert, wie ängstlich ich eigentlich als Kind war und wie wenig tapfer und wie wenig grausam. Wie stark man auch eine Bedrohung, teilweise auch von anderen Kindern, die ja unglaublich fies und bösartig sein können, wie man die wahrgenommen hat. Vielleicht, weil man nicht so in dieses dominante Jungs-Schema oder so gepasst hat. Dieser langhaarige Junge verkörpert den jungen Dirk von Lozzo, heute 46, in den aktuellen Clips. Die neue Platte von Tokotronic ist eine Art Autobiografie in 16 Songs, die auch traurige und peinliche Momente preisgibt. Ich glaube viele irgendwie, ja, wenn die dann halt so ihre Autobiografie schreiben, die bleiben dann halt weg von diesen Themen. Also weil die Erinnerungen werden irgendwann mal eher so verschwommen und oft erinnert man sich eher so an die schönere Momente als halt diese hartere Momente, die dann auch manchmal sich prägen. Zum 25-jährigen Band-Jubiläum kehren die Indie-Rocker zu ihren Anfängen zurück. Keine abstrakten Sprachkonstruktionen mehr, sondern Texte, die einfach sind. So sind wir bekannt geworden als Band, dass einfach Dirk das Talent hat, ganz einfach etwas zu formulieren, wo viele Leute dann sagen, ah ja, daran kann ich mich wiederfinden, das kenne ich. Rückblick. 1993 gründen sich Tokotronic in Hamburg. Sie machen deutsche Texte mit Tiefgang und haben bald ihren Ruf als Deutschlands Pop-Intellektuelle weg. Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen, was nicht ist. Kommerziell erfolgreich sind Tokotronic seit den späten 90er Jahren. Ihre Studioalben landen regelmäßig in den deutschen Top Ten. Und ihr eigener Anspruch steigt mit jeder Platte. Früher hat man die Alben so hingerotzt und das hat auch Spaß gebracht und irgendwie zu guten Ergebnissen geführt. Aber das wäre heutzutage, glaube ich, für uns einfach nicht mehr die richtige Form, etwas zu tun. Eine heimliche Liebe im Clip zur aktuellen Single Electric Guitar. In vielen Erlebnissen, die Dirk von Lozzo auf der neuen Platte teilt, finden sich auch seine Bandkollegen wieder. Auch wenn wir aus ganz unterschiedlichen Städten kommen, Arne und Jan aus Hamburg und ich aus einer Kleinstadt im Badischen und Rick sogar aus Maine, USA. Aber trotzdem gibt es eben so Erfahrungen, die man geteilt hat und die ganz ähnlich sind. Und dieser Dialog hat sich dann sofort gesponnen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für das Album. 25-Jähriges Bandjubiläum, Studioalbum Nummer 12 und die Reise geht weiter. Im März starten Tokotronic ihre Tour. Die ersten Shows sind schon ausverkauft. Die ersten Shows gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017